Musik Grüß Gott und herzlich Willkommen hier in der Klosterkirche in Mahingen. Mein Name ist Stefan Steinemann. Ich bin Domkapellmeister in Augsburg und spiele heute an der historischen und wunderbaren Baumeisterorgel aus dem Jahre 1737. Das Instrument ist mitteltönig gestimmt, das heißt also anders als heutige moderne Tasteninstrumente, die zumeist gleichschwebend gestimmt sind. Das bedeutet, dass so manch ein Akkord, manch ein Intervall sauberer klingt als heute, allerdings auf Kosten anderer Intervalle und Akkorden, die nicht so sauber, nicht ganz so rein klingen. Sie werden das hören an dem Beispiel einer Toccata von Georg Muffat, der zeitlebens im süddeutschen Raum gelebt hat und gewirkt hat. Und er hat diese Toccata gemeinsam mit anderen Toccaten in der Sammlung Apparatus Musico Organisticus erstmals im Jahr 1690 veröffentlicht. Viel Freude! Viel Freude! Viel Freude! Viel Freude! Viel Freude! Amen. 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 Amen.